Benutzen Sie einen Ratschenschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 5. Entfernen Sie die Schraubendrehersteller. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Reinigen Sie die Schraubendrehersteller. Benutzen Sie einen Drehmomentschlüssel. 20. Schrauben Sie die Befestigungselemente mit dem Federbein ab. 10. Schrauben Sie die Befestigungselemente an den Befestigungselementen. 11. Schrauben Sie die Befestigungselemente an den Befestigungselementen. 12. Schrauben Sie das Befestigungselemente an den Befestigungselementen. 13. Drauf den Befestigungselemente an den咖 African Nm. 12. Schrauben Sie das Drehmoment fest. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 13. Schrauben Sie die Drehmoment fest. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 9. Behandeln Sie die Federbeestellung. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 11. Behandeln Sie die Bremsschrauben und die Bremsschrauben ein. 12. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 14. Schrauben Sie die Bremsschrauben eine Bremsschraube. 15. Ziehen Sie die Bremsschrauben der Bremsschrauben. 27. Schrauben Sie die Kabel festeigungen mit dem Lager festeigern. AUTODOC empfiehlt, dass die Kabel festeigungen mit der Kabel festeigern ist. 28. Entfernen Sie den Kabel festeigern. Folgt den Kabel festeigern. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Ersteck die Stoffflöte an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Benutzen Sie einen Kupferschmiermittel und die Stoffflöme an den Kupferschmiermittel. 5. Behandeln Sie den Kupferschmiermittel. 6. Behandeln Sie die Stoffflöme an. 7. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Verwenden Sie eine Drehmomentschlüssel. 5. Tworkmbach die Achsscheidenus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 24. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentlicht. Verwenden Sie einen Drehmomentlicht und Sieg mitarleisen. 1. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 2. Befestigen Sie die Befestigungselemente an. 3. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 4. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 5. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 5. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 6. Szukziehen Sie die Befestigungselemente an. 23. Entfernen Sie die Verlustkantung des Stoßdämpfernschläge. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 24. Entfernen Sie die Verlustkantung des Stoßdämpfernschläge. 6. Schrauben Sie die Befestigungselemente des Kupfers. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 7. Schrauben Sie die Befestigungselemente der Befestigungselemente des Kupfers. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. 7. Behandeln Sie die Sände und unterdecken die Befestigungen. 8. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein WD-40 spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 24. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 3. Installieren Sie die Bremssattel am Bremssattel fest. 5. Entfernen Sie die Bremssattel. AUTODOC empfiehlt, ist das Leidungswärme am Achtung. 5. Schrauben Sie die Bremssattel fest. 6. Befestigen Sie die Bremssattel fest. Verwenden Sie einen Stoß-Einordnuss. 7. Entfernen Sie die Bremssattel fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlag fährt. AUTODOC empfiehlt, bitte. Benutzen Sie ein Drehmomentschlüssel. Bis zum nächsten Mal.